20, 24, 25... Kippen Sie einfach rein. Ja, doch, wenn es raus ist, ich trinke. Oh Gott. Das reicht aber jetzt wirklich. Ja, hab ich gesagt. Ich trinke den schon seit 6 Minuten mit mehr zu sagen. Jetzt schon mindestens... Wirbelzucker. So ein schönes Zischenesgeräusch, wenn der Zahnschmelz sich langsam wirst. Das ist ein wenig. Äh, los jetzt. Du kriegst du nur süßes Zuhause. Eines fliegst du so irgendwie durch den Schocken. Was, auch noch? Ja. Jetzt muss aber kein Mischmehr rein. Das passt nichts mehr rein. Nein, nein. Ist zu wollen. Geiler Löffel. Ja, Mann, hier süßt du so den Zucker drauf. Nein, ich dring den Pülpisch schon. Nein, nein, sechs Minuten. Nein, ich bin jetzt schon geschnörter für den Pülpisch so drauf. Ich wäre schon delgezucker drauf. Ja. Ja, das ist ja das schon so. Ja, das ist ja auch해umpf. Vielen Dank.